So. Herzlich willkommen zu Philips Woche. So, diese Woche ist ein bisschen was passiert. Ich folge mir heute mal mit Webcam, weil es geht zu Schneider bei mir. Aber eigentlich geht es gar nicht um die Woche, sondern es geht jetzt um die nächste Woche, was hier auf Philips passiert. Gestern war ich mit Cedric auf der Dreamhack in Leipzig und dazu wird es natürlich auch ein Video geben. Hoffentlich schaffe ich es bis morgen. Denn in nächster Zeit möchte ich eine Kleinigkeit ändern. Ich möchte nicht mehr so normale Let's Plays machen. Außer Transport Fieber. Transport Fieber wird erstmal weiterlaufen, solange ich da Lust habe, solange ich die Map zu Ende habe. So. Alle anderen Spiele werde ich ab und zu jetzt mal so eine Art Themenwochen nenne ich das jetzt mal machen. In den Themenwochen geht es dann darum, dass ich halt zu einem bestimmten Spiel halt auch versuchen, also im echten Leben noch ein bisschen was rauszuholen. Also wenn ich zum Beispiel, ja es ist jetzt ja zu erklären, also ich muss mir da noch ein richtiges Konzept überlegen. Aber Themenwochen, so Indie-Spiele zum Beispiel, so kleine Spiele oder halt nur Multiplayer oder sonst was. Das ist so schwer zu erklären. Wenn man sagt, im Hintergrund läuft gerade der Schiff-Simulator. Eine Woche Schiff oder so. Oder eine Woche sonst was. Also ich möchte so ein bisschen eine Art Themenwochen halt machen, die besonders angekündigt werden, wo das heißt, das und das kommt diese Woche. Wo ihr mithalten könnt. Und darauf soll dann vielleicht auch manchmal ein Streamhalter mit sein. Zusätzlich zum Reiter-Nacht-Stream. Kommt darauf an. So. Also was euch jetzt im Endeffekt auf diesen Kanal erwartet, dass mein Kanal-Trailer ist. Seit Weihnachten arbeite ich am Kanal-Trailer. Und den möchte ich eigentlich auch diese Woche noch raushauen. Weil ich nicht so richtig weiß, was ich reinmache. Weil ich das Konzept so weiß. Und das ist das Problem. So. Und da arbeiten wir zusammen dran. Also auch ihr mit. Es wird also nicht mehr so regelmäßig. Also regelmäßig gibt es schon Videos. Ich gucke gerade auf meine Tastatur, weil es so verschämter Wegblick von der Kamera. Transportwähre läuft weiter. Und alle anderen Sachen kommen jetzt immer so vermischt. Also ich probiere vieles aus, sagen wir mal so. Manche Leute hatten sich auch noch ein paar Spiele gewünscht, um sich die ganze Zeit. Ich habe mir das sogar gekauft, aber noch nie gespielt hätte. Und dann war ich ein paar andere Sachen. Mehr Versuch aus den Sachen, die ich sowieso spiele, auch jetzt ohne Aufnahme. Also ich spiele auf Karnhauszweigen und sowas. Dass ich da auch mehr wieder rausschneide. Letzten, also gestern hatten wir ein Stream gehabt. Dieser Stream wird komplett nochmal veröffentlicht. Vier Folgen, sozusagen von diesen vier Spielen, die wir dort hatten. Die kommen diese und nächste Woche. Und solche Sachen, also auch einen Stream mehr wieder senden. Ja, das erwartet euch Gerard Philips. Und mehr kann ich jetzt gerade noch nicht sagen. Ich weiß jetzt nicht, wie ich ja... Also... Und... Ja, ich mache im Endeffekt jetzt das, was ich Lust habe. Ich mache keinen Plan mehr machen. Das und das muss jetzt rauskommen. Außer Transportführer. Das versuche ich jeden Tag rauszubringen. Hat natürlich gestern und noch die Funktion wegen der Dreamhack. Und das ist nämlich genauso was. Ich möchte mal versuchen, dieses Jahr... Ich wollte ja immer mal so... ähm... Ah nee, ich will das gar nicht verraten. Ich will das eigentlich gar nicht verraten. Nie. Ich mache das irgendwie. Ihr lasst euch überraschen. Hier gibt es jetzt vieles auf diesem Kanal zu sehen. Und natürlich alles auf Unterhaltung ausgelegt. Nicht so halbherzige Sachen will ich mehr machen, wo Nuss sagt, na, müsst ihr jetzt machen. Äh... Ne, ich möchte jetzt mit Herzblut dahinterstecken. Mit allen Sachen. Und dann kommt halt mal ein paar Tage lang. Okay, großartiges Video. Aber dafür ist das nächste dann umso besser. Das ist mein... Mein Wunsch. Ja, falls ihr damit einverstanden seid, Daumen hoch. Falls nicht, Daumen runter. Machen wir einfach so. Diese obligatorischen zwei Daumen runter. Die sonst immer komme ich. Ich ziehe jetzt einfach mal ab. Das ist mir eigentlich uregal. Also jetzt sind wir. Falls ihr mit dem Konzept, was ihr jetzt klärtet, in Ordnung seid. So? Oder so? Das ist die Frage jetzt. Ähm... Ja, nochmal in Kurzfassung. Es kommt irgendwas. Und es wird alles besser. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Da kann ich jetzt nur sagen. Wir sehen uns demnächst.